Ich könnte fast alle Lieder von uns schicken. Sie war allein zu Hause, es war mal wieder ein Durchschnittstag. Einer von denen, wo nicht viel wiegt, was man tut und was man sagt. Plötzlich kam ein Licht vom Himmel und durchströmte sie. Da fühlte sie sich so geborgen und in Ewigkeit geblieben. Manchmal gibt es so Sachen, für die ist keine Worte. Na, 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 na. Er war wie sie gestorben schon kurz und 20 Jahren, als seine Frau bei dir umfalllos ihr junges Leben kam. Sie kam dann rein, er liegt in den Keller, sein er Nostalgiert, Unterherrsicht so lebendig und in Ewigkeit genügt. Manchmal gibt's nur Sachen, aber die ist kein Wort. Gute Kamera. Gute Kamera. Das ist so klein. Ich habe auch drauf, dass wir gesprochen haben. Was? Wir haben das beste was wir sprechen. Und was haben wir denn dann gesagt? Achja. Mach mal was. Das kenne ich. Gut gesungen. Wollt ihr nachher auf der Bühne mitsingen? Ich spiele das wahrscheinlich nur im Gottesdienst. Wollt ihr mitsingen? Ich nicht. Du nicht? Okay. Ich nicht. Sagst du.